Weil das so cool ist, und ich find's, ey, Pokémon ist so cool, Leute, alle wollen Pokémon kaufen, hat's ja gesagt. Schleimgärm-Piwi. So, Leute, wie ihr gerade seht, ist diese Hellosyler gerade am Trinken. Sprite, oder? Nee. What? What the fuck? War cool, war der Kuhl. Nein. Nein, darf ich auch noch hier? Er darf, war der Kuhl. Ey, guck mal, das... Wo kommen die eigentlich her? Wie machen die das? Die Knechte. Ich glaub, die wurden ausgebildet. Ich glaub, die Hände haben eine Decke und kommen immer runter. Da ist keine Decke, ich seh da jedenfalls keiner. Ja, wo du die da oben gucken kannst, da fährst du den Körnack mal so blöd. Mann. Mein Gott. Ich mein, Sperma war mal ein lustiges Programm, jetzt ist das... Ich will zu machen, das ist beide am einfachen. Nee. Doch, damit die Sperma nicht mehr in der Lacht kriegt. So machen sie bleiben. Ja. Ey, jetzt hätt ich mich bescheuert. Was der? Was der? Mit dem Namen vor allem. Ja, ne, der Name ist doch Stylisch. Der Styl. Ja, nein, nicht wirklich. Doch, der Stylmann. Was ist ein Sperma... Was ist denn ein Sperma, ein schlimmer Name? Ja, genau, ist nur ein Name. Sperma ist doch ein biologischer Name, was ganz normal ist. Ist was biologisches. Genau, ist ein biologischer Name. Seit wann kann... Seit wann kann hier Smog-Mog-Flamm hoch? Das kann schon immer. Warum hat es das jetzt eingesetzt? Weil es doof ist. Weißt du, weil es auch cool ist, ne? Weit auf den, nicht schau. Es hat Sperma fast besiegt, ja? Sperma? Ja. Ey, das ist so ein bescheuer, der Name. Was dagegen? Ja, es geht scheiße. Ey, ich darf auch nie... Oh, sie bleibt leer. Hast du nie gesagt? Was? Jetzt nochmal verständlich. Nein, jetzt nochmal verständlich. Jetzt auch mal, dass sie bleibt leer. Oh! Du, ich glaub, Sperma wird gleich vernichtet. Sperma wird... Sperma nie. Scheiße. Weit auf, direkt auf... ...klimmen auf hier. Ja. Hey, ist die Kehra bedroht doch da. Nein! Ey! Ja, Mann! Ja, Mann! Er will doch nicht gehen, er will doch ein bisschen harzen. Nein, Mann. Ich will doch nicht. Ich will doch nicht. Oh, Gelopfer. Oh, noch schlimmer. Oh, noch schlimmer. Oh! Scheiße. Mach's hochgemacht, gleich so viel zu lassen. Ey, das ist häufig der Fall. Ja. Das war eine sinnlöse Attacke auf Feuer. Du warst gar nicht da für Hose, ich würde so füllen. Nooo. Boah, die Zähne. Sag mal, tschüss. Nein! Nein! Das war bald vor dem Sternchen. Ich geh jetzt auf die Jagd nach dir. Komm ich nicht so einfach mal Poco-Bälle hoch. Kommt immer Poco-Bälle. Ja. Keine Hyper-Bälle. Beide auf Koloppa. Ja, Hyper-Bälle. Das ist jetzt gar nicht. Das ist jetzt gar nicht. Das ist ja 40. Yeah! Zapdos und Torbys. Du hattest die Erlöse. Ja? Ja. Hol Enthoron. Zapdos. Enthoron hab ich schon jetzt. Das machen wir nicht mehr. Weiter geht keinem was packen. Hey, wo wollt ihr so mal hin? Also in die Wüste. Ich fülle Teddyfuck nehmen. Teddyfuck hat jetzt raus. Das ist so Schwule. Hä? Der Roller ist so Schwule in dem Spiel. Das ist ein Staubsauger. Genau. Staubsauger ohne Steckdose. Irgendwo Steckfass. Das ist Kabel. Ich hab so der Blitzer dafür. Steckdose. Steckdose. Oho. So, wo sind Poke-Bälle? What the heck? Ich werd Dialberz machen. Galoppa und Gigad정을. Das ist ein Problem, ey. Was ist das? Was? Was nein, der Mist ist. Ja, weil ich versteck mich und ich töte mich. Wer hat der Stippa in den Ball? Ja. Wer soll der Mist erschütter nicht? Der Mist ist versichert. Das haben wir bei anderen Programmen auch gedaufen. Wir haben alle gewöhnt. Okay, bitte. Mach es auf fünfmal weg. Mach lieber. Leid, einmal amokstiert. Flammbuch. Okay, vier, 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 vier. NEIN! Nein, die haben Sperma getötet, ihr Schweine. Ihr habt Teddy getötet. Okay, jetzt reicht's jetzt. Komm, Teddy, fuck. Alter, was ist das für ein Scheiß? Was machst du? Lol. Kryptobahn. Kryptobahn, dann kann man nicht mehr fliegen. Mein Verteidigung stinkt nur. Klingt auch stark. Alles drauf. Kasten. Willst du das Glück für auch Dings machen, auf den... Komm her, du. Donnerblitz auf Galopfer. Wenn das jetzt stirbt, dann krieg ich einen Euro. Vergiss es. Du Behinderter! Du sagst, ich soll Donnerblitz machen, das würdest du überleben. Ich setz Donnerblitz ein und dann stirbt es. Du brauchst eh die Galopfer, oder? Trotz, dass er dein Pitsch macht. Ich hab dir gesagt, das ist Stier. Ich hab's dir doch gesagt. Die ganze Scheiße ist gerade noch verletzen zu. Ja, mach mal. Der Mutipa aktiv, alle Entdeckungen. Jetzt kannst du auch dein Blitz machen, jetzt aber. Nicht... Warum tust du mir das immer, du tötest auch viele Pokémon hier? Das war cool, Leute. Zapp, 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 zapp. Ich nehm dich da Batterie. Ach, das nehm ich da Kühlschrank. Das ist deine Schuld, deine Schuld, deine Schuld, deine Schuld. Habt ihr nur Glück gehabt? Oh mein Gott, Pocoball. Wir haben gleich keinen mehr. Was soll ich da voraufengeben? Wie lange ist das Video schon? Schlange. Sechs Minuten erst. Oh, ich glaub das ist großartig. Eigentlich kamst du schneller als bei den anderen da. Der andere könnte man noch nicht mehr. Macht das ja nicht ganz komisch ab. Und, Bonnerblitzen. Ach, hier über Wasser heißt doch. Ich muss euch weiß, ob er verreden. Ja, macht doch. Kannst du doch das ein Kurs in erbieten? Ja, klar, aber okay. Loll. Nein. Weißt du, wie laut du es nennen kannst, Ofen. Naja, ich nenn's schon. Feiertag. Komm schon. So, zack, das heißt jetzt Batterie. LOL. Vor allem noch mit IE. Ist Batterie okay? Ja. Yeah, wir haben einmal Cargo gefahren. Macht auch ein Let's Play, warum wir nichts sehen. Nee. Wieso nicht? Wenn er mal die so feine Show findet. So ein paar Kämpfe. Ja, mach doch. So. Dann hast du so zum Beispiel. Ja, L ist der Coole und so. Ja, dann sag ich ja, hier und da ist D-Queen. Der hört mich immer an L. Ja, sag so. Mach so Lärmung für mich. Voll unbedingt klar, ich gehe einen Schritt weiter. Direkt nächster Gegner. Ja, mit D-Queen werfe ich für dich. Ja, L und D-Queen sind gleich auch beide sehr bescheuert. Boah. Arschbacke. Ich heiße nicht Arschbacke. Das ist schon eine alte Arme. Ja. 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 Ich heiße nicht mehr davon. Glaubst du? Naja, okay. Oh, König Tartarus. Hitt mich aber nicht. Alter, schon 10 Mal hintereinander, dass es Tartarus und Kolosseum gemacht. Aber ich. Der wixelt außerhalb hängt auf. Troll. Und dafür maße ich ihn. Boah, jetzt komm. Rückkehr auf den Unterricht. Meinst du, das bringt uns nervt? Ja, aber das ist auch bald erlöst. Für Felskarpachmantakt, oder? Kümmere dich lieber um... Ähm... Nein. Na? Lugia. Ja, ja, ja. Arctos. Torbis. Okay, dann bin ich andersrum. Okay, Lugia nehme ich mit ins Colosseum. Warum nicht Lugia? Lugia sind so Unfall-Pokémon, oder? Hä? Lugia ist Unfall-Pokémon. Aber Lugia, wenn wir mit dem klug gefahrene Team rein tun... Danach ist das Spiel eh vorbei. Ja, ist wenig. Seid ihr nicht zugelassen? Was soll der Kack? Kann man Lugia nicht mitnehmen? Wo ist der Kack? Was ist das für ein Dreck? Ja, das ist ein Dreck. Das ist ein Dreck. Elektrik. Elektrik. Du kannst Lugia nicht in das Team mitnehmen, weil es Glück für Pokémon ist. Dann lass sie dich nicht teilnehmen. Ja, ne, echt. Warum nimmst du's mit? Warum nimmst du's mit? Ich wollte's mitnehmen, weil ich wusste nicht, dass es verboten ist. Aber ich hab das Kondition vorhin noch nicht probiert. So, das Kondition ist auch schwer. Echt? Mhm. Ich hab das noch nie gepackt. Okay, dann... Boah, Schauschleif. Du, Erzkorb hat als Verbrennung... Erzkleber verbrannt. Nooooooo! Man sagt ja, man soll nicht mit dem Feuer spielen. Ja, ne? Und er hat mit dem Feuer gespielt. Komm schon, steck da, oder? Ja, der Peschke. Und jetzt mach mal einen. Darum, mach mal. Das mach mal eben. Mach mal so stark. Und die müssen wir halt weg. Weg machen, guck du. Okay. So, du... Äh... Wo hab ich jetzt mit Pokémon Colosseum? Ich mach mein Nachthacho und mein Psyanum. Toll, toll, toll. Was macht der? Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ja, BG. Ist klar. Wieso was... Ne, war... Ne, war... Egal, deswegen. Ich geh jetzt nämlich auch wieder heilen. Toll, jetzt muss ich wieder heilen gehen. Scheiße. Lauf wieder zurück, komm in der Gegend. Ey, da muss man so auch teilen. Diese netten Scheiße. Heel! Heel! Puh! Scheiße, wenn ich einfach nur das Heel auffragen muss, und dann wird man peinig. Heel! Heel! Nicht Pew! Pew! Mehl! Boah, das ist wirklich voll nervig, die ganze Zeit. Ja, vor allem Mehl, ne? Wir müssen uns gegen die Gegnern seiten kämpfen. Ja. Ich geh jetzt nicht. Nee. Oh, wir müssen einen Cut machen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir lieben euch. Nee.